Wir haben hier ein Wohnkonzept, das sich über drei Ebenen zieht und das Haus hat dann bei Abmessungen von 12,05 m x 8,30 m auch 190 m² Wohnfläche. Markant ist die dunkle schiefergraue Holzfassade und das Materialkonzept, das auf helles Holz und dunkle Töne setzt. Wir schauen jetzt hier einmal kurz in den sehr, sehr schönen offenen Wohn-Ess-Kochbereich und